Hey Freunde, dann mal wieder herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu Final Nights at Freddy's. Mal wieder ein sehr, sehr interessantes Five Nights at Freddy's Fangame, was auch ausnahmsweise mal sehr, sehr vielversprechend aussieht. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet, deswegen lasst natürlich gerne wie immer einen Daumen nach oben auf das Video da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber an dieser Stelle nochmal eben schnell Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich die ein oder andere Kleinigkeit an meinem Merch-Shop verändert. Ihr wisst ja, der Shop musste sowieso wechseln und so weiter. Und als ich damals den Shop gewechselt habe, konnte ich euch die Sachen ja schon ein bisschen billiger anbieten. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen geändert und kann sie euch jetzt noch billiger anbieten. Außerdem sind einige neue Produkte jetzt dabei, die vielleicht auch für manche von euch sehr interessant sind. Weil es gibt jetzt neue Poster, es gibt jetzt Tanktops und so einen Käse, also wirklich für jeden was dabei. Link ist natürlich unten in der Beschreibung, guckt auf jeden Fall mal rein. Und wenn ihr den Kanal supporten wollt, gönnt euch auf jeden Fall. Aber wir starten jetzt erstmal rein in Final Nights at Freddy's. Ich bin echt gespannt, was uns in diesem Game erwartet. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Okay, Freddy Fazbears Pizza wurde neu eröffnet. Okay Leute, es geht mal wieder rein in irgendeine Five Nights at Freddy's Location. Die Pizzeria wurde neu eröffnet. Und wir haben nun die Final Nights at Freddy's. Wir müssen hier scheinbar von... Wo bin ich denn? Okay. Ah, meine Facecam ist mal wieder im Weg, dass das jedes Mal so ist. Okay, ich habe meine Facecam mal wieder runter verschoben, Leute. Wir müssen hier oben zwei Schlüssel finden. Steht auch oben rechts. Finde die Schlüssel. Okay, ich kann hier jetzt scheinbar von Raum zu Raum gehen oder so. Wir haben auch eine Taschenlampe am Start. Das ist gut. Und jetzt müssen wir vermutlich einfach nur... Okay, ich bin wieder zurück am Anfang. Moment. Wir müssen jetzt einfach hier rumlaufen. Und schätze ich mal... Ähm... Die ganzen verschiedenen Schlüssel finden. Da ist einer! Nice! Easy game! Okay. Wir brauchen zwei Stück davon. Ähm... Kann ich hier noch irgendwo rein? Ja, hier geht es noch rüber. Und hier ist... Warte, ist das der selbe Raum, wo wir gerade schon waren? Nee, das ist ein anderer. Moment mal, wir gehen mal zurück. Einmal zurück, okay. Und können... Okay, hier gehen wir wieder zurück nach vorne. Wir schauen uns mal weiter hier um, ja? Wir haben hier irgendeine Fastbeer-Location oder irgendeine Freddy-Fastbeer-Location, die neu eröffnet wurde. Und wir müssen jetzt zwei Schlüssel finden. Ich weiß aber nicht genau, warum. Wir hatten so einen kleinen Text am Anfang, wo uns so ein paar Sachen erklärt wurden. Ah, mal wieder eine neue Location und so weiter und so fort. Wir werden schon sehen, was passiert. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, hier erstmal zwei Schlüssel aufzutreiben. Aber keiner weiß, warum. Mal wieder keine Infos bekommen, Leute. Ähm, wir gehen mal hier weiter. Okay, Moment, jetzt bin ich hier noch in einem anderen Bereich gerade. Was ist hier so? Keine Schlüssel auf jeden Fall. Nee, sieht nicht so aus. Keine Schlüssel am Start. Okay, hier können wir noch nach rechts weggehen. Hier waren wir noch nicht. Ah, hier ist die Hauptbühne. Okay, hi. Hi, Leute. Äh, ist hier irgendwas? Ist das dein Schlüssel? Ah, nee. Das ist nur ein C von, äh, von Chica. Den brauchen wir nicht. Den C brauchen wir tatsächlich nicht. Oh, okay, Freunde. Hier geht es noch weiter. Wir waren hier eben schon mal. Das ist der Raum mit den Fässern. Hier waren wir schon. Aber hier kann man noch nach links weg. Hier waren wir noch nicht. Oh, okay. Das ist ein neuer Raum. Ähm. Kann man hier... Wo komme ich hier hin, wenn ich hier hingehe? Oh. Okay, das sieht vielversprechend aus. Hier könnte irgendwo ein Schlüssel versteckt sein. Das sieht sehr danach aus, als könnten wir irgendwo einen Schlüssel finden. Wir brauchen ja auch nur noch einen einzigen. Okay, hier ist auch irgendein Tisch. Hier ist der andere Schlüssel, Freunde. Okay, wir haben zwei Schlüssel. Äh, jetzt muss ich nur noch rausfinden. Wofür brauche ich die Schlüssel? Ich meine, ich glaube, wir haben nur eine verschlossene Tür, ne? Es gibt nur eine Tür, die wirklich verschlossen ist. Moment, wir gehen weiter zurück. Und jetzt müssten wir hier ja nach links weg, oder? Ja. Hier ist eine Tür, die ist verschlossen. Und hier hängt ja so ein... Okay. Wir können hier jetzt aufschließen, Freunde. Easy. Okay. Kann ich hier jetzt auch rein, oder so? Kann ich hier jetzt irgendwo rein? Warte, ist hier noch irgendwo ein... Ah, hier sind zwei Schlösser. Okay. Und jetzt müssen wir den roten Power-Button finden. Okay. Und damit öffnen wir wahrscheinlich die Tür. Ich glaube, Freunde, wir haben jetzt gerade die Bürotür aufgeschlossen. Und müssen jetzt nur noch den, ähm... Hier. Sag schnell. Den Knopf drücken, um diese Tür auch zu öffnen. Das heißt, wir können jetzt hier nach rechts weg. Und kommen jetzt hier... In diesen Gang rein. Ihr seht es unten auf der Karte. Hier ist der Power-Knopf. Und jetzt können wir ins Büro. Okay. Nice. Sehr cool gemacht, das Spiel auf jeden Fall. Finde ich nice. Jetzt können wir hier nach hier weg. Und jetzt können wir das Büro betreten, Leute. Okay. Das ist es. Die erste Nacht. Okay. Wir mussten uns also erstmal überhaupt unseren Weg ins Büro bahnen. Oh mein Gott. Also jetzt startet wirklich erst die erste Nacht. Wir haben also im Grunde genommen erstmal einen Rundgang... Erstmal einen Rundgang durch die neue Location gemacht und unseren Weg ins Büro gebahnen. Und jetzt sitzen wir hier im neuen Büro. Okay, Freunde. Wir sind in einer neuen Location mit neuen Mechaniken und einem neuen Büro. Also mit den normalen Five Nights at Freddy's Animatronics. Okay. Das Spiel ist wirklich sehr gut gemacht. Props an die Entwickler. Das ist ein sehr nice Fan-Game. Holy Shit. Auch gut gemacht. Der Phone-Guy ist gut. Okay. Wir haben hier ein paar neue Sachen. Das, was wir hier hinten haben. Hier haben wir irgendwas mit Flashlight. Und hier so einen Knopf brauchen wir in Nacht 1 noch nicht. Hat der Phone-Guy gesagt. Das funktioniert auch noch nicht. Alles noch ein bisschen kaputt. Unten rechts haben wir eine Power-Anzeige. Kennt ihr alle. 80% haben wir jetzt noch. Wir haben Nacht 1, 2 Uhr nachts. Alles noch ganz entspannt. Wir haben nur eine Tür zum Büro, die wir hier schließen können. Also wir müssen im Grunde genommen nur einen Flur im Auge behalten. Das ist eigentlich ganz cool. Allerdings haben wir direkt ein beschissenes Kamerasystem. Nicht beschissen vom Spiel. Aber beschissen, weil wir hier scheinbar per WLAN mit den ganzen Kameras verbunden sind. Und zwischendurch kackt das WLAN einfach mal volle Möhre ab. Und dann passiert hier gar nichts mehr. Dann sehen wir nichts mehr. Ist mir eben schon zweimal passiert, als ich das nur mal ein bisschen getestet habe. Wir können hier also... Seht ihr? Einfach Server-Connection verloren, ja? Wie damals die Oldschool-Streams mit Unity Media. Da geht einfach nichts mehr. Aber ansonsten müssen wir eigentlich nur hier unten Cam 4B im Auge behalten. Damit wir wissen, wenn was in unserem Flur direkt vorm Büro ist. Und ansonsten ist es eigentlich nur Überleben jetzt hier. Ich meine, ich weiß nicht, was in den nächsten Nächten da noch passiert hier. Aber es scheint eine sehr interessante Location zu sein. Sehr coole Mechaniken. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Weil das scheint echt ein deftiges Fangame zu sein, Leute. Sehr gut umgesetzt auf jeden Fall. So, Moment. Ich gehe gerade nochmal auf die Kameras. Hier ist doch die Hauptbühne, oder? Jo. Hier ist die Hauptbühne. Guck mal, Freddy ist noch da. Chica ist noch da. Ich glaube, Bonnie ist schon unterwegs, Leute. Wir schauen mal, ob wir... Jo, Bonnie ist unterwegs. Bonnie ist bereits auf Cam 2. Aber immer noch alles cool, Leute. Ich meine, wir haben 3 Uhr, Nacht 1. Die Nächte scheinen relativ lang zu sein, ja. Die Zeit vergeht relativ langsam. Ihr seht es oben rechts. Obwohl es geht. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Nächte wir überleben müssen. Wir haben jetzt noch 66% Energiefreund. Ich fühle mich gerade richtig zurückversetzt zu den ersten FNAF Games, als ich die damals zum ersten Mal gespielt habe. Weil es ist im Grunde das Gleiche wie damals so, nur mal in neu. Mit coolen Mechaniken. Auch fand ich es cool, dass wir erst eben vor der ersten Nacht noch den Schlüssel zum Büro und so aufschreiben mussten. Das fand ich auch cool. Ich schätze mal, wir haben jetzt bestimmt bei jeder Nacht wie so ein kleines Minigame, wo wir uns erstmal noch bestimmte Sachen suchen müssen. Okay, Bonnie ist auf dem Weg, Leute. Bonnie ist direkt draußen. Kann ich das sehen? Ich mache hier mal zu. Ich meine, ich schätze mal, das wird jetzt viel Energie verbrauchen, ne? Oder? Aber der Typ hat gesagt... Warte, wo ist die Verbindung? Der Typ hat gesagt, wenn der Animatronic draußen im Gang ist, sollen wir die Tür zumachen und warten, bis die Animatronic sich resettet. Das sollen wir machen. Wir sollen einfach die Tür zumachen, warten, bis das Vieh wieder abhaut. So hat er es gesagt. So mache ich das jetzt auch. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viel Energie wir wirklich benutzen, wenn die Tür jetzt die ganze Zeit zu bleibt. Die Power scheint trotzdem relativ langsam runterzugehen. Also eigentlich kein Grund zur Sorge. Ich glaube nicht, dass wir uns Gedanken machen müssen. Aber, äh, keine Ahnung. Oder sollen wir vielleicht warten? Oh, Chica ist weg. Äh, Bonny ist weg? Jo, Bonny... Warte, Verbindung ist weg. Aber ich glaube, Bonny ist wieder auf der Bühne. Moment. Steht Bonny da? Nee. Hat Bonny sich bewegt? Boah, diese Kameras, ne? Ganz miese Sache. Komm, sag her, wo ist Bonny? Wo ist Bonny? Bonny? Ist Bonny im Gang? Nee, oder? Also, Freunde, absolut keine Ahnung, wo das Vieh sich rumtreibt. Ich glaube, es ist nicht mehr im Gang vorm Büro. Aber ich will auch nicht die Tür aufmachen und es rausfinden. So ist es nicht, ne? Ich meine... Ich will es schon rausfinden, Freunde. Ich mache die Tür einfach mal auf. Aber es scheint... Ich mache lieber wieder zu. Scheint alles cool zu sein, soweit. Ähm, alles entspannt. Ich leuchte mal hinter uns. Nur wegen der Sicherheit. Äh, aber alles cool. Was ist eigentlich hinter uns? Keine Ahnung, was da auftaucht, ne? Wir können ja auch irgendwie Musik spielen, ne? Keine Ahnung, was uns das bringt, Leute. Ob wir damit die... Okay, Bonny ist hier oben. Alles entspannt. Wir können die Tür aufmachen. Ähm, keine Ahnung, was es mit dieser Musik auf sich hat. Müssen wir die vielleicht spielen, um die Animatronics zurück zur Bühne zu holen? Dass, wenn wir wissen, dass die unterwegs sind, dass wir einfach vorne diese Bandmusik spielen und die kehren zurück zur Hauptbühne? Keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, ich feiere das Setup in diesem Game. Finde ich richtig cool. Endlich mal wieder ein FNAF-Game mit echt nicen Mechaniken. Und halt Oldschool-FNAF-mäßig. Wisst ihr, wir sitzen im Büro, spielen nur gegen diese ekelhaften Kackviecher. Ihr kennt sie. Und das mal in einem neuen Setup, finde ich nice. Freue ich mich richtig. Okay, wir haben jetzt 5 Uhr. Wir müssen noch eine Stunde überleben. Wir haben noch 30% Power. Uns geht es richtig gut. Wir haben die Zeit unseres Lebens im Büro, Leute. Bonny ist auf Cam 1C. Alles entspannt. Wir können hier unten schön chillen. Und die Zeit eigentlich nur runterlaufen lassen. Ist natürlich jetzt eine relativ ereignislose erste Nacht. Aber ein richtig gutes Game, was wir hier gefunden haben. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Dann werden wir auf jeden Fall das mal komplett durchzocken. Weil das scheint echt interessant zu sein. Bonny ist wieder draußen. Wir machen mal die Tür zu. Energie haben wir noch genug. Wir können es uns leisten, Leute. Wir können auch entspannt hier die Tür zu machen. Und gucken, was passiert. Okay, wir haben jetzt nur 10 Minuten Ingame, die wir überleben müssen. Und hört ihr das? Klingt fast so, als hätte es angefangen zu regnen. Klingt richtig, richtig nice. Cooler Soundeffekt auf jeden Fall. Okay, Bonny ist auch, glaube ich, nicht mehr vor der Tür. Wir lassen aber zu. Der Sicherheit wegen, Freunde. Ihr wisst es. Und? Es ist 6 Uhr. Und wir haben die erste Nacht geschafft. Okay. Sehr, sehr cool. Okay, Leute. An der Schnelle würde ich aber auch sagen, das war es für den ersten Part von Final Nights at Freddy's. Ansonsten wird das Video viel zu lang. Auf jeden Fall richtig cool umgesetzt. Sehr cooles Fangame. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr mehr dazu sehen wollt. Dann spielen wir das Spiel auf jeden Fall komplett durch. Ihr seht es, wir haben hier unten auch noch einen Punkt extra, den wir bestimmt freischalten können, wenn wir alle Nächte einmal durchgezockt haben. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Macht's gut. Und bis dahin.